Das ist mein erster ServiceNow Forum und ich bin einfach gespannt, andere Firmen kennenzulernen, wie andere Firmen ServiceNow einsetzen. Damit wir nur noch ein Tool haben, wo wir das alles abbilden können, die Prozesse. Ich denke ServiceNow für unseren Systemintegrator und auch für unsere Kunden passt sehr gut in die neue IT-Welt. Der Workload steigt und man muss produktiver werden und effizienter werden, damit man am Ende des Tages die Sachen schneller erledigen kann und ServiceNow hilft uns sehr viel dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ahh. Tschüss. Hau. Alles. Hau. Gott. Vielen Dank.